Ich habe mich gefragt, ob man ein Scooter und ein Skateboard als ein Produkt kaufen kann. Auf Amazon habe ich einfach mal geschaut, ob es sowas gibt und ich habe wirklich was gefunden und auch gekauft. Herzlich willkommen zu diesem Video, Freunde. Ich bin sehr gespannt drauf, was in diesem Paket ist. Also ich weiß natürlich, was drin ist. Ihr bestimmt auch wegen Titel und Thumbnail. Ich weiß nicht, was drin ist. Das ist sehr gut, weil wir haben hier eine kleine Überraschung. Und zwar ist das eine Mischung von Skateboard und Scooter. Wir packen einfach mal das Ding aus. Es wird sehr interessant sein. Ich hoffe, das geht überhaupt. Ist auch sehr teuer, deswegen abonniert uns den Kanal und checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung ab für die Onlinekurse. Aber ich mache das Ding jetzt erstmal hier auf. Danke, Digga. War da überhaupt noch was drin? Nee, leider nicht. Oh mein Gott, Alter. Leute, ihr seht schon, wir haben hier einfach ein Scoot-Skateboard. Hier sieht man schon, dass einmal mit einem Scooter und einmal kann man es als Skateboard benutzen. Und es steht drauf, Easy Switch. Deswegen kann man es auch sehr leicht ändern. Wir haben hier noch ein paar Beschreibungen und die Verpackung ist schon sehr kaputt angekommen. Nicht gut. Würde ich sagen, so ein Mix aus einem City-Roller und so einem Pennyboard. Richtig, genau. Und das werden wir heute fahren. Sehr geil. Also, so sieht das Ding aus. Und es sieht sehr nach kinderfreundlichen Sachen aus und das ist gut. Guckt euch einfach mal an, was für eine Produktion das hier rauf ist. Aber natürlich sieht man auch von hier, wir haben hier schon einen Lenker und der ist verdammt schmal. Und das Deck auch. Ich würde sagen, wir machen das Ding auf. Man soll einfach dafür gar keinen Inbus benutzen können oder so. Ich bin gespannt, ob das klappt. Aber wir werden das Ding auseinander nehmen. Und ich hoffe, man kann es richtig gut fahren und auch Flips mitziehen, oder? Flips. Okay, wir machen das Ding auf. Boah, alter, 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 alter. Wie wird die sagen? Man braucht keinen Inbus. Und die liefern einen Inbus mit. Wie frech ist das denn? Wer hat die denn verarscht? Wie, jetzt mal ehrlich. Wie soll ich das Ding hier aufbauen? Ich baue das Ding jetzt erstmal auf. Aber wir fahren erstmal Skateboard und danach Scooter. Bin gespannt, ob das überhaupt halten wird. Wir haben hier insgesamt einen Apex Lenker, würde ich schon sagen. So eine Tiva. Apex? Also das würde ich jetzt eigentlich mal mitnehmen. Die ist so schmal, ne? Aber wir können den Lenker einfach auch in der Höhe verstellen. Wir haben ihn ganz niedrig gerade und wir haben hier das Pennyboard. Ich zeige euch einfach mal, wie es funktioniert, wenn man es aufbaut. Und zwar hat man hier unten so einen Hebel, sage ich mal. Wenn ich das mache, fliegt dieses Ding hier. Sollte es eigentlich rausfliegen. Genau so. Jetzt haben wir hier auf HZig angelehnt diesen Lenker, womit man das hier reindrehen kann. Dafür suchen wir jetzt diese komische Stelle. Und das meinten die, glaube ich, wirklich mit Inbus. Dass wenn du jetzt hier reindrehst, beziehungsweise reindrückst und jetzt den Lenker, der ist natürlich nicht richtig, jetzt einmal drehst, ist er fest. Das heißt, so kann man Roller fahren. Wofür braucht man dann den Inbus, hä? Das weiß ich halt auch nicht. Ich glaube hier, falls das Ding hier mal lose gehen sollte oder so. Aber ich weiß auch nicht, ich glaube nicht. Aber das Ding machen wir erstmal weg, weil ich muss erstmal das Ding so versuchen zu fahren, ob das geht. Das Pennyboard. Und damit werden wir auch jetzt erstmal die Rampen runterfahren. Ich habe Komplett brauchen. Wir gehen mal ganz kurz hier rüber zur Bank. Ich droppe die erstmal rein und wir versuchen natürlich auch Tricks damit. Also auch Kickflip, Ollis und sonst irgendwas. Wir gehen jetzt erstmal hier und droppen hier runter. Das Ding ist relativ schwer, aber wenn wir draufstehen. Check mal bitte von unten. Wie dolle das Ding wiegt einfach. Das ist echt nicht normal. Ich würde sagen, ich versuche erstmal den Olli damit, ob das überhaupt klappt. Dann fahre ich hier runter und dann versuche ich mal einen Kickflip. Okay, bist du ready? Ich bin ready. Bist du ready? Nein. Oha. Geht tatsächlich klar, ne? Die Wheels sind so fett. Ich glaube, das sind richtige Longboard-Wheels, ne? Ja, das sind so Pennyboard-Wheels. Das ist echt nicht normal, wie schwer das Ding ist. Ich stoppe aber jetzt erstmal die Bank rein und dann versuchen wir einen Kickflip. Ich bin bereit. Oh, das ist sketchy. Oh, das ist so komisch mit dem Ding. Man denkt richtig, das ist wie in einem Skateboard. Das war stumm. Man denkt richtig, man fährt ein Skateboard, aber es ist so wackelig und man kann nicht hin und her rutschen. Den willst du mal dich rantasten? Ich kann kein Skateboard, ich kann nicht mal Skateboard fahren. Versuch mal, Olli. Egal, auch mit einem normalen Skateboard, Pennyboard, sonst was. Das ist einfach nicht mein Ding. Snowboard fahren kann ich ein bisschen, aber Skateboard bin ich komplett raus. Deswegen bin ich mal gespannt, wie er jetzt den Olli macht. Komm, zieh durch. Aber ey, jetzt ganz kurz den Vergleich zu dem Board und einem Skateboard. Das ist ein Welten, ne? Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann beides nicht fahren. Also macht es für mich keinen Unterschied. Ich versuche jetzt einfach mal einen Kickflip. Ich bin mir sicher, es wird nicht gehen. Aber danach würde ich sagen, holen wir auf jeden Fall den Lenker und dann fahren wir mal ein bisschen Roller. Ob man überhaupt Rampen fahren kann oder nicht. Ich glaube, das wird nach hinten fliegen und komplett brechen. Jetzt aber erstmal einen Kickflip. Es geht tatsächlich klar. Also machbar ist es, ich werde ihn auf jeden Fall noch schaffen. War das ein Kickflip? Oh, One Foot. Also das Ding ist echt richtig widerlich, Kickflips zu machen mit. Jetzt, wir hauen auf jeden Fall jetzt erstmal den Lenker raus und machen den Lenker jetzt hier ran. Weil ich glaube, das ist das Interessanteste und warum ihr auch eingeschaltet habt, dass man da mit Roller fahren kann. Die Mischung aus Skateboard und Scooter weiß ich nicht, ob das funktioniert. Vor allem, wenn man vier Räder hat am Scooter. Ich glaube, das wird sehr eklig sein. Aber wir machen jetzt erstmal den Lenker ran an das Deck. Wenn du mir den Lenker dran trauen, meinst du nicht, wir sollten die Farbe von dem Deck tauschen? Eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, weil es einfach nur stressig ist. Glauben wir. Wir machen einfach den Lenker dran und dann ist es gut. Das finde ich schade. Finde ich schade. Ich finde, das könnte mehr Farbe vertragen. Ich finde schon, dass es sehr bunt ist, wenn man es mal so sieht. Fällt mir schon. Also wenn es jetzt pink wäre, dann würde es nicht so... Digga, Dien, halt einfach dein Maul. Wir fahren jetzt Roller. Der Roller ist mir definitiv zu klein. Aber wir haben ja hinten hier, wie beim City-Roller, auch Größen, die man einsteigt... Ich kann nicht höher. Ich komme nicht höher. Letzte Stufe. Alter, ey, aber jetzt fühlt es sich wirklich nicht so stabil an. Oh mein Gott, das Ding wackelt wirklich wie kacke. Ich glaube, wir sollten es echt mal kleiner machen, weil sonst bricht uns das Ding ab. Gut, wir haben es jetzt nach ganz unten gemacht und jetzt ist es definitiv... Oh Gott. Nicht besser geworden. Ey, check, wie das Ding wackelt. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Dafür habe ich mein Geld gezahlt, Mann. Ich würde sagen, wir fassen uns mal ein bisschen ran. Ich glaube, so Tailwooks kann man nicht machen, weil... Nee, Frühwooks halt, ne? Aber... Also ich wäre erstmal dafür, dass wir vielleicht mal eine Rampe runterfahren. Das ist eine gute Idee. Ich fahre die Bank runter. Weil man vier Räder hat, ist es unmöglich, sich irgendwie so ein bisschen Balance zu halten. Es ist geisteskrank schwer. Bank droppen wir natürlich mal rein. Das wird sehr gefährlich. Ich glaube, mir dienen, wenn du gleich draufstehst, du bist heulen. Ey, du kannst wirklich nicht damit fahren. Du kannst auch kein Mon-80 machen. Ich versuche mal Mon-80 in der Crosse. Es ist unmöglich. Hallee. Ey, du kannst den Lenker ja nicht lenken, so. Das ist so schwer. Den Mon-80 müssen wir aber nochmal hinbekommen. Versuch du mal bitte, Mon-80 ist es wirklich nicht normal. Stell dich mal bitte drauf. Oh mein Gott, Alter. Bei mir sah es bestimmt nicht anders aus. Aber ey, versuch jetzt mal runterzufahren. Du wirst heulen. Es ist nicht wie ein normaler Roller. Es ist wirklich grausam. Bist du bereit? Nein, absolut nicht. Ey, Mon-80 ist wirklich unmöglich. Und runterfahren wird schon wegerlich. Also, dann such das mal. Pass auf den Lenker, dass er nicht snappt. Oh mein Gott. Hä, warte, was? Eins auf. Versuch mal einen Mon-80. Ich nicht. Ich sag doch, Digga, aber der Fakie sah richtig geil aus. Fakie ist ja gut. Fakie ist ja gut. Fakie ist ja echt gut. Fakie ist ja besser als normal, oder? Oh, fast wirklich. Gerade sagen, ne? Dass das Fakie einfacher ist. Also, aber sehr nice. Wollen wir uns mal rantasten, irgendwie die Box runterzufahren. Ich hab Bock drauf. Wunderfach? Ja. Bin dabei. Okay, Dean, bist du bereit? Ja, geht so. Okay, gut, dann zieh mal durch. Let's go. Ey, oben einen Mon-80 machen, wahrscheinlich. Kiran, du bist dran. Oh, Kiran, richtig wie mit dem Skateboard reinjoggen. Es geht nicht, weil es so steil ist. Ich mach's lieber nochmal ein. Weiter. Digga, wie kannst du so gut da fahren? Ey, ich will aber auch unbedingt mal Fakie fahren. Ich mach einfach mal von der Wall in die Resi Absprung mal die ganze Zeit einen Fakie. Ich hab richtig Bock drauf. Ist ja echt easy. Ja, sag ich doch. Also, es sieht schwerer aus, glaub mir. Oh. Ja, aber man macht es auf jeden Fall, Mann. Wollen wir mal ein paar Tricks versuchen? Ich glaube, man kann sogar wirklich Rampen hochfahren. Ja. Wir versuchen einfach mal die Bank rauszuspringen, ja? Ja. Komm, wir gehen mal hin. Bevor wir jetzt irgendwas anderes fahren, wir haben hier noch eine neue Rampe bekommen, ja? Oh, stimmt. Das Ding ist, ich möchte damit jetzt einen Trick machen und zwar einen Rock-Tip-Bake. Es ist zwar ein Skate-Trick, aber wir haben ja einen Skate-Scooter, deswegen müsste es eigentlich klappen. Ich guck mal, ob es funktioniert. Boah, Junge. Du kannst dich echt nicht richtig konzentrieren, einfach auf deinem Board zu bleiben, weil du denkst, du bist auf dem Roller, aber man ist eigentlich auf dem Board nur, das ist das Komische. Man hat null Balance, das ist sehr schwer, aber ich versuch's nochmal. Das Ziel, vor allem, Dean, der Lenker war ja vorhin richtig lose, ne? Ist dir aufgefallen, das ist damals wie bei den anderen Rollern, bei den alten Rollern, du kannst das festziehen, einfach. Geil. Nein, eigentlich komplett nervig, so. Ja, aber schon besser als gar nicht. Auf jeden Fall, ich fahr jetzt mal die Bank runter. Geht tatsächlich, aber es ist sehr, sehr schwer. Mir ist gerade aufgefallen, ey, es ist wirklich eine perfekte Übung damit, ein Olli zu lernen, check mal. Dean, du meinst ja, du kannst ja nicht so ein Olli, aber guck mal. Man kann so richtig gut das lernen, indem man die hinten abkickt und dann kann man mit dem Lenker einfach hochziehen und dann hast du einfach ein Olli drauf. Digga, lass mich mal probieren. Ja, save. Siehst du? Also ist wie ein Bunnyhop. Aber hat das, ich wollte gerade sagen, ist eher Bunnyhop als Olli, oder? Ich, komm, ich mach nochmal. Ja, also ging, ne? Komm, ich try mal ohne Lenker. Beihändig. Ja, gut. Ist schon besser als vorhin. Auf jeden Fall, aber irgendwie ist es komisch. Willst du auch nochmal irgendwie die Bank runterfahren? Ja, gerne. Boah, Junge, es sieht so falsch aus. Man kann keine 180s machen damit. Ach, komm, einer geht. Der Teil tatsächlich ging das klar gerade. Ey, jetzt mal ehrlich, also Quarter kann man null fahren. Bank geht noch klar. Es gibt's nicht. Komm, ey, alle guten Dinge sind drei. Mach noch einmal, den schaffst du jetzt. Oh, er nimmt Anlauf, er nimmt Anlauf. Ja, ey, das ging klar. Vor allem, es sieht wirklich so easy eigentlich damit aus, aber... Glaubt mir, Leute, es ist wirklich sehr schwer. Oh, oh. Fake ist aber geschafft. Was war das denn? No-Hand? Das wird No-Hand werden. Digga, das war absoluten Schuss in den Open. Lass mich noch einmal. Bist du bereit für den Full-Whip? Ich bin bereit für den Full-Whip. Warte mal, Full-Whip? Ich bin doch nicht bereit. Alter, ich glaube, das geht sogar echt klar. Man muss nur wirklich den Lenker richtig fangen, und dann geht das wirklich klar. Ich versuche ihn einfach mal. Ey, man macht gefühlt einen Front-Whip. Ich mache nochmal. Also, ich will hier nicht irgendwie reinreden, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube auch nicht, aber ich versuche nochmal, alle guten Dinge sind drei. Es geht nicht. Ey, es ist wie, als würdest du einen Tail-Whip auf dem Skateboard machen. Es ist unmöglich. Andere Tricks gehen nicht, wie so Front-Scooter-Flip oder sonst irgendwas. Sehr schade drum, aber ich würde sagen, ich versuche noch eine Sache. Ich versuche jetzt nochmal einen Skateboard-Trick auf dem Scooter, und zwar einen Flash, weil anders kann man nicht fahren hier. Ich versuche mal einen Kick-Flip-Flash. Warum, Kick-Flip? Ey, ja, weiß ich jetzt nicht. Schreibt ihr jetzt mal in die Kommentare, was ihr damit versuchen wollt, und dann machen wir auf jeden Fall ein Part 2. Wenn ihr ein Part 2 sehen wollt, schreibt Hashtag Part 2 in die Kommentare. Und ich würde sagen, Dean, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast auch Bock damit. Ich hatte komplett Bock. Na super, bis dahin, und habt noch einen geilen Tag. Checkt den Kurs ab, peace.